Kennst du es auch noch, dieses allererste Super Mario, wo er gar kein Mario hieß, sondern Jumpman, wo er hier die Prinzessin von Donkey Kong betten musste? Doch, 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 das gibt es bei Donkey Kong 64 dabei, da ist so ein Automat in einem Level, da kannst du das spielen. Ja, das ist eigentlich ursprünglich Jumpman, bevor es zu Super Mario wurde. Jimmy, ich häng fest. Ich hab's geschafft. Ich häng fest? Ich sag ja, diese Jump'n'Run-Phase, das ist absolut nichts für mich. Ich werges. Erstmal nehm ich hier alles mit, was ich kriegen kann. Bevor Zulu kommt. Wieso ich denn zugekommen? Das stimmt auch wieder. Außen-Metall-Baseball-Schläger. Boah, jetzt hab ich auch noch Schluck auf. Ne, ich muss jetzt alles plündern. Oh, 1000. Nochmal 1000. 1000. Ne, ich mach die Tür auf. Hallo. Hallo. Nein, ich will den Metallschotter aufsammeln. Geld. Dann hab dir ne Pumpe, du Dumpe. Warte, ich muss auch erst mal blühen am Telefon. E.T. nach Haus telefonieren. Pumpe? Wo gibt's denn ne Pumpe? Ja, Bisch. Oh, hier ist ne Axt. Ich komm nicht da mit. Ich komm nicht raus. So. Verstaut, ja? Jo. Bitte einsteigen und schneiden Sie sich an. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Travel. Let's Travel. Zu den beliebtesten Urlaubsreiseorten. Mit... Aufgeben garantiert. Freunde finden leicht gemacht. Das ist hier der neue Friends Scout 24. Mit Chatroulette. Wichser. Noch ein Wichser. Hahahaha. Ey, guck mal. Der sieht doch ganz freundlich aus. Oh, da hat auch noch ein Wichser. Hä? Auf... Auf einmal ist schlecht Wetter geworden. Oh, shit. Also die Wetterübergänge hätte man schon etwas besser machen können. Ja, vielleicht ist das auch noch ein bisschen lecky bei uns. Das ist doch. Aber hast du. Weg mit dir. Ach ja Liegt das eine herrliche gegen dir oder nicht Natürlich ist die Guck dir mal an wie schön das hier ist Guck dir mal die Nachbarschaft an Einer habe ich schon umgefahren Ich wusste gar nicht, ob man die so einfach umfahren kann Das sieht aus ey Haben wir so viel hinter uns Wir werden jetzt ein Problem haben Jetzt ein Problem Da kommen wir nicht durch Ich bin tot Du auch ne Jetzt Ich mache euch alle kaputt Bin sie du B1,2,3 ihr Junge Aua die Klüppel noch auf dem Strau Warum werden sie unter Wasser bilden Hinter dir Wienenleger Ich habe gar nichts gemacht Keine Ahnung Wirf deine Feuerwaffe Einfach dein Polizeiknüppel reinwerfen Warum soll ich den reinwerfen Wache Hau ihn einfach damit Hau jetzt Jetzt nochmal So brennt nicht der Drecksack Egal dafür hat er gekotzt Dürfen wir erst noch Platz machen Boah wer hat ihn wirklich zugestellt Oh wer hat ihn wirklich zugestellt Yeah Finishing move Du musst trotzdem noch ein Boot an der Seite tun Oder Ne müssen wir nicht Geh wir kurz das zack Ne ne wir machen es so einfacher Ich meine so einfach mit dem Boot an der Seite schieben Ne schnapp mir einfach die Pumpe und geh nach vorne Dann ist das andere Boot Aber ich würde sagen ich gehe ganz vorne Das ist schon richtig hingerückt Dulu fang Geh nach vorne Ich dachte du willst das werfen Ja müsste ich Ja geil Herzlich willkommen bei der Saar Airlines Vor allem Airlines Seid sie mich wohl mit Tessa Nette Nachbarn und Sehenswürdigkeiten Sehen sie sich nur mal diese schicken Palmen ab Wenn sie nach rechts schauen sehen sie ein Haus Wenn sie nach hinten schauen sehen sie eine Zombie Armee Oh die Zombie Armee winkt uns Hallo Grüß euch Bitte nicht wittern Wenn sie sehen dass sie Bischspuren haben Willkommen bei Dead Island Da ist Zombie Da ist Zombie Ein Herz für Zombies Ähm ne da bin ich nicht dabei Und schau ich schau ich schau ich schau ich Na schade dass das funktioniert nicht Du hast ich Zombies von hinten ne Na ja Hey ich hab dich getreten du Drecksack Ich hab noch nicht mal mehr Medikits Soll ich die Pumpe nehmen? Ja gut Gut ich hab die Pumpe Jetzt gehen wir mal ganz langsam hin zu ihm Tü 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 Ich nehme mir wie ein paar Minen mit Damn this place is pretty sweet Minen sind schon ziemlich praktisch Wenn man selbst noch begehen möchte ne Ja Was sind denn hier die Händler Also warte ich mach die Tür auf Ach Von alleine We verkaufen du Ey nur scheiss Wurfwaffen ey Get in the hang of this They can't know what's down there We need to spread you Until we're caught We're not caught Boah 57 Nein ich bin noch nicht berufen Ich will es mir angucken Boah 8000 So Dann reden wir mal mit dir Schaltet die Pumpe ein Verkaufen So Brutaler Messingschlag Ja ich bin mir sicher Ich bin mir sicher Ich bin verkaufen will Ein fieses Messer habe ich Betrete das Verteilzentrum vor Hier die Apune kannst du auch Ich will ich nicht Baseballschläger Der kann weg Die Universalachs behalte ich mal Hinfälliges Brecheisen kann weg Das fiese Messer behalte ich auch mal Jetzt sagen nur das fiese Messer Ja fieses Messer Schau an ein richtendes fieses Messer Schau an ein richtendes fieses Messer Ich will ich mir den ganzen Wurfmessern Komm wir müssen uns versammeln Wir müssen den Plan um ändern Ich muss erst mal reparieren Ich muss erst mal reparieren Ich repariere gleich dein Fies Kannst du machen Wenn du genug Geld hast Komm her Bebe Abgraden Ach mein Polizeiknüppel ist noch nicht Abgegradet Zerpurs hat das wirklich schade Hier die Axt upgrade ich auch gleich mal Finde ich cool Zombie in Axtenrücken werfen Macht mir Spaß So Nach hinne Kann ich noch was modifizieren Ein nach dem Spann So Ein großes Inventar Oh Ein fieses Messer Alalalalalalalalala Alalalalala Ah Irgendwann fieses Messer Jetzt Achso Level ab habe ich auch noch Zu Teile Ah Bau hier auf Achso Wo ist die denn? Ah Zocken Bleib draußen Kein Eintritt für Minderjährige So minderjährig sehen die zum Teil aber gar nicht aus Hast du zu welch ne Schusswaffe? Ja Ups Wozu brauchst du ne Schusswaffe? Nur so Gucken wir mal wissen ob du den hast Dann weiß ich dass ich ganz weit von der Lenkstift stehen muss Und falls ja irgendwo von dem Gast rumsteht Oh da versucht einer rein zu fahren Hallo Ah da hinten hast du schon aufgebaut ne Sind alle oben Was die Zombies? Ja Hier sie sind Die kämpfen gegen unsere Asiatinnen Quasimodo 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 Ja Du bist alle willkommen zu helfen Über alle Zeit Ja Mach es So Du hast mir den Kopf geworfen das Ding Oh du hast mir den Kopf geworfen das Ding Wir sollen mit Hardy reden Hey Hardy Hey To He Hallo Hallo Oh, Spalter mal, gibt's ja. Wir müssen hier raus. Ja, Gewehr bei mir nicht. Ich habe irgendwie keine Lust mit dem Boot zu fahren, aus gutem Grund. Warum? Schlechte Erfahrung? Hm. Ich bin schon den halben Himalaya entlang. Ja, und ich bin jetzt erst losgelaufen. Ach ja. Einmal klettern, 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 klettern. So, Lian benutzen. Lebt hier noch einer? Was, müsst ihr was im Altersheim? Was, wie bitte? Sie müssen lauter sprechen, junger Mann. Nein, ich bin nicht an sie interessiert. Fleisch-Explosion, junger Mann. Ja, du auch. Was? Fleisch-Explosion? Ich kann die Minen nicht aus meinem, äh, aus dem Ding rausnehmen, das ist, äh, aus der Elementarliste. Das sind auch geil, die Minen. Ich kann die Minen nicht hier auslegen, gerade. Ich bin tot. Ich habe mich selbst getötet. Weil ein Zombie-Minen los ist. Du spielst, bei mir steht gerade, du spielst jetzt gerade erst der Deine Wippt halt. Wer, wer macht gerade mit der Aufnahme? Letzte sein Bruder oder deine Mutter oder sein Vater. Ah, du Drecksack. Was? Hast mich runtergeschmissen. Hä? Oh, guck mal, da ist ein Zombie-Wiel. Ich will mit ihnen. Hallo. Ich hoffe. Ich auch. Der wollte dich mit dem Messer angreifen. Ich auch. Oh, ich habe keine Minen jetzt mehr. Ich habe keine Minen jetzt mehr. Ich schon. Der Finger ist frei mitgenommen. Sie bleibt unten. Warte. Weg, 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 weg! Boomerang. Operation. Aperfect. Boomerang. Weg, weg. Or die ist gegen Busch geflogen und dabei gestorben siehst du George W. Busch war gefährlich was dann sagt der Zommi hat einen flexiblen Schlauch dabei gehabt also doch hast du auch sowas dabei? ja immer du hast nur einen dünnen Schlauch dabei? nö ganz dicken jüdisch siehst du doch ich mach das immer ganz ordentlich, ich kletter mal die Liane runter soaa Pussy 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 hier reparieren meine ultra-universaler Axt, mein fieses Messer ich hätt den Namen geil, fieses Messer solange du nicht der fiese Fettsack bist am liebsten hätte ich aber trotzdem die Armbust der Arschkante nächstes Schwert der Schwachmaten wird beim Aufheben wieder fallen gelassen das würde natürlich auch gehen Ausstehen Frühstück ist für Hörtlich Beladung Eisen ey so geht das Ausstehen du musst in die Schule Schule mein Sohn Schule Antritte zum Dienst du brauchst meine Hilfe wobei denn ich glaub meine Kamera ist zu niedrig eingestellt ich wüsste hoch aber ich hab irgendwie keinen Lust große Spaltakt jetzt starten das ist aber das positive bei den Frauen die sagen nix wenn dein Blick zu tief ist ja so mal gucken gibt's hier noch was in dem Lager was wir uns einfach so mitnehmen könnten du spielst Dead Island, Wahnsinn so eben auch Aufzeichnungen meine Aufzeichnungen ich bin Jaaa! 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 Jetzt müsste ich ihn nur schießen können, mach ich aber gleich! Oh, oh, oh! Was schön ist denn nicht? Da liegt ein Medikirchen! Hey, ich will damit schießen! Geht mir nicht, ich muss das aufbauen! Kann ich auch jetzt mitnehmen? Natürlich! Oh, da steht einer auf! Sag dich doch! Aua! Presst das! Ich kanns grad nicht mitnehmen, weil ich hier... Ich bin so überschissen... Oh, ich hab den Arm abgehauen, nackst! Wurde grad von der Wasserreiche vollgekotzt! Mit nem anderen Zombie hab ich den Arm versehentlich abgehauen! Versuche nach Kisten, wo sind wir denn überhaupt auf der Karte? Sind... Oh, da kommt der! Der ist schön und gut, aber trotzdem, wo sind wir? Ähm... Hier? Quest? Spielhauptquest! Wäre Ausrüstung! Es bringt jetzt MG! Wir werden sogar bei der MG mitten in der Gegend finden, ne? Ach egal, wir finden das eh irgendwo! Gehen wir erstmal das Boot suchen! Gehen wir erstmal das Boot suchen!